Es ist ein fundamentales Element des Menschlichen, das Co. Murayama erforscht. Motivation. Sie treibt uns an, lenkt unser Verhalten und bestimmt den Erfolg unseres Handelns. Wie aber entsteht Motivation? Was beeinflusst sie? Und wie kann Motivation geschaffen werden? Mit der Verleihung der Humboldt-Professur an Kollegen Murayama wurde es uns möglich, einen internationalen Hochkaräter, einen brillanten Forscher in der Bildungsforschung nach Tübingen zu bringen. Er betreibt Kognitionsforschung, Psychologie, Neuroimaging. Er hat eine Vielfalt von Methoden, die er einbringt. Wir hätten uns eigentlich eine bessere Ergänzung gar nicht vorstellen können. Mit welchen Strategien und Konzepten werden langfristige Lernerfolge erzielt? Mit einem multidisziplinären Ansatz und verschiedenen Methoden wie Experimenten, Datenanalysen und Bildgebung will Co. Murayama die Bildungsforschung nachhaltig verbessern. Als ich intrinsische Motivation studiere, weiß ich, wie wichtig die Motivation für die Forschung ist. Without Curiosity, without Enjoyment, können wir nicht mit innovativen Forschungsideen kommen. Das ist der Traumplatz für mich.